Im heutigen Video müssen wir den traurigen Lautsprecher zu einem riesigen Gold-Lautsprecher upgraden. Böse Aliens haben unser Labor überfallen und alle Menschen zu Blöcken abgegradet. Hilf mir, denn nun müssen wir auch den Lautsprecher in Gold upgraden. Aua, was, was, was waren das denn für ein Geräusch, Freunde? Guten, guten Morgen, wartet mal. Es ist ja noch, noch mitten in der Nacht. Was war das denn? Das hat sich irgendwie ganz komisch angehört. Ich glaube, ihr habt das auch gehört, Freunde, oder? Wartet mal, wir gehen mal kurz raus. Ich nehme mir mal eine Fackel hier mit und schau mal, was das hier draußen war, Freunde. Ihr habt das doch auch gerade gehört. Das hat sich ein bisschen so wie Aliens angehört. Wartet mal, wir gucken mal, Freunde, so. Hallo, ist hier jemand? Freunde, es ist mitten in der Nacht. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe mal meine Fackel in der Hand und... Nein, 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 Freunde, wartet mal, habt ihr das? Habt ihr das auch gesehen? Sind das etwa, etwa Aliens beim Labor? Moment, Freunde, wir schauen uns das nochmal an. Vorsichtig ranschleichen. Moment mal, Freunde, hier sind einfach, einfach Aliens beim Labor gespawnt. Ach, du grüne Neune, oder? Freunde, doch, ihr seht's. Das sind Aliens. Die haben, was haben die mit dem Labor vor? Moment mal, ich hole mir mal ein bisschen Ausrüstung, also ein Schwert, einen Bogen und guck mir das mal an, Freunde. Das kann doch nicht sein. Das habt ihr doch auch gerade gesehen. Das kann... Nein, 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 Freunde, Moment mal. Ich brauche auf jeden Fall deine Unterstützung. Glaubt ihr wirklich, das sind Aliens, Freunde? Na ja, ich würde sagen, wir holen uns mal ein Schwert hier raus oder meinen Bogen, meine Fackel, so, nehme ich natürlich auch mit, Pfeile und meine super coole Regenbogenrüstung darf auch nicht fehlen. So, Moment, die ziehe ich mir an, Freunde, und dieses coole Schwert nehme ich auch mit. So, Moment mal, Freunde, jetzt bin ich gewappnet. Boah, es ist mitten in der Nacht, ich bin noch todmüde, aber für euch mache ich das auf jeden Fall, Freunde, Moment mal. So, hier sind einfach wirklich Aliens, Freunde, schnell die Fackel in die Hand, dass ihr auch was seht, ja. Freunde, wenn du mir helfen möchtest, diese Aliens zu besiegen, dann ist es jetzt richtig wichtig, dass du ein Like da lasst in drei Sekunden. Drei, zwei, eins, und jetzt, boah, wow, Freunde, ihr habt voll übertrieben so viele Likes. Ich würde sagen, ey, Aliens, verzieht euch aus der Stadt. So, oh, Freunde, die Aliens kommen, oh, nimm das, du blöder Alien, den ersten haben wir. Was haben die denn mit dem Labor vor? Komm, geh weg, Alien, aua, nimm das hier mit meinem Schwert, so, und ihr könnt auch hinterherkommen. Nimm das, Aliens, boah, du kriegst jetzt hier ein mit meinem coolen Schwert und du auch. Komm, geh weg, Alien, so, Freunde, und du auch. Komm, traust du dich nicht, Alien, boom, Freunde, erledigt. Und, boah, was haben die Aliens denn hier für ein Alienschleim mitgebracht? Das ist, oh, hier steht noch einer. Geh weg von mir, Alien, wir möchten euch hier nicht in der Stadt haben. So, puh, das wäre schon mal erledigt, Freunde, guckt euch das an. Die Aliens haben hier alles voll gemacht, ganz komisch. Das ganze Labor ist zerstört. Wir gehen mal kurz rein. So, hallo? Ist hier noch einer von euch Aliens? Ihr könnt wegbleiben, Synthi ist bereit zum Kämpfen. Ne, okay, Freunde, hier ist anscheinend nichts mehr, aber was ist das denn für ein, für ein Gang? Wartet mal, das war vorher noch nicht da. Wir gehen mal ganz vorsichtig runter und schauen uns das an, Freunde. Hallo? Ist hier jemand in diesem Keller? Boah, Freunde, nein, 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 der Keller hat ein Passwort. Was denkt ihr, könnte denn das Schloss sein? Ich denke, eins, zwei, drei, vier, ja, und, boah, ich geht, ich geht, ich geht, ich geht, was sind, ey, Freunde, was sind das für ekelhafte Tierchen hier? Geht weg, äh, wartet mal, äh, nehmt das, ihr ekligen, wäh, Freunde, das sind Kakerlaken hier, boah, im Keller. Okay, also, wir sind drin und hier ist noch eins von diesen, oh, Entschuldigung, der Herr, Entschuldigung, geht mal weg hier, ihr blöden Kakerlaken, Freunde, was haben wir denn hier? Wir haben hier irgendwie einen Mann, der ist kompletten Diamant. Oh, Freunde, komisch und hier ist ein Mensch, das ist ein kompletter Goldmensch und hier ein kompletter Smaragd. Und, hä, Freunde, hier ist der Lautsprecher, warte mal, hey, Lautsprecher, was machst du denn hier, warum bist du hier denn gefangen? Hilf mir, Synthi, du musst mich zum Gold-Lautsprecher verwandeln, schau im Buch, was zu tun ist. Freunde, die Aliens haben diese ganzen Menschen hier verwandelt und wir müssen jetzt, Moment mal, und wir müssen jetzt den Lautsprecher zu einem Gold-Lautsprecher verwandeln. Oh, Freunde, ihr habt's mitbekommen, ihr wisst nun, was unser heutiges Abenteuer ist, Freunde, habt ihr Lust auf dieses Abenteuer? Dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn wir verwandeln heute den Lautsprecher in einen kompletten Gold-Lautsprecher und er meint irgendwas mit, schau im Buch nach. Hier ist ein Buch, was steht denn da? In Gold verwandeln, das nehmen wir uns mal ganz kurz raus, Freunde. Das Buch ist verzaubert und heißt in Gold verwandeln, das wird schon richtig sein, Freunde, Moment mal, und hier ist auch so eine Maschine. Wir gucken mal ins Buch rein, in Gold verwandeln. Um den Lautsprecher in Gold zu verwandeln, macht folgendes, erstens 10 Goldbarren, die goldene Melone, Goldapfel, danach in den Topf. Okay, Freunde, das heißt, wir wissen, was zu tun ist und schaut mal hier, hier ist der Goldbarren, den wir brauchen, die goldene Melone und hier der Goldapfel. Okay, dann weiß ich Bescheid. Hey, Lautsprecher, die Zuschauer und ich werden dir helfen, dich in Gold zu verwandeln. Bleibt also unbedingt dran und hilft uns. So, der Goldsprecher, beziehungsweise der Lautsprecher wartet auf uns. So, dann gehen wir mal raus, es ist einfach immer noch stockdunkel, Freunde, schaut's euch an. Der Himmel, es ist mitten in der Nacht, oh Mann, und ich wurde einfach von diesen komischen Aliens geweckt, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal eben ganz schnell ins Bett, ruhen uns aus und dann starten wir gleich in das Abenteuer. Mitten in der Nacht ist es nämlich gefährlich. So, Türe abschließen. So, das tut doch schon mal gut, Freunde, die Rüstung kann ich ja mal auch weglegen. Die war aber sehr wichtig, Freunde, ihr habt es ja gesehen, ich musste gerade gegen Aliens kämpfen. So, legen wir das alles rein, Freunde. Ich lege mich jetzt noch mal kurz schlafen und wir sehen uns gleich wieder. Boah, Freunde, boah, eine lange Nacht war das nicht und ich habe geträumt, ich hatte richtig viele Albträume. Aber naja, jetzt heißt es, wir machen uns erstmal auf den Weg und ich habe eine Idee, wo wir diese goldene Melone herbekommen können. Denn ihr müsst wissen, hier in der Stadt gibt es einen kleinen, oh, Gott, Freunde, das Feuer brennt auch noch hier die ganze Nacht. Hier hinten gibt es einen Farmer, einen Bauern quasi, und der müsste sowas haben. Hallo, Herr Bauer, wir brauchen die goldene Melone. Hat der hier irgendwas? Nee, Freunde, hier sind nur Karotten, hier ist Weizen, hier sind normale Melonen. Und was ist das denn? Oh, das ist Weizen, äh, Moment mal, Freunde, wir platzieren das direkt wieder hin. Oh, Gott, äh, hallo, Herr Arbeiter, ich bräuchte, äh, die, die goldene Melone. Haben Sie da sowas? Ich sehe, Sie haben hier nur die normale Melone, aber wir bräuchten die, die goldene Melone. Was haben Sie denn? Und, oh, er hat hier eine Liste. Wir bekommen für sieben Diamanten eine goldene Karotte, für drei eine goldene rote Beete, und für fünf bekommen wir die goldene Melone, Freunde. Das heißt, wir brauchen jetzt fünf Diamanten, aber das sollte kein Problem sein. Ich würde sagen, das machen wir direkt mal. Wir schauen nochmal in unser Buch nach. Ja, die goldene Melone einmal, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz auf den Dachboden, Freunde, und schauen mal, wo sich die goldene Melone befindet. Und ich bin so gespannt, Freunde. Denkt ihr, wir schaffen es, den Lautsprecher komplett in Gold zu verwandeln? Ich bin mir sicher, mit deiner Hilfe schaffe ich das. Hier habe ich keine Diamanten mehr. Dann muss ich mal nach oben gehen. So, in die Kiste hier oben. Ey, geh mal weg. So, hier brauchen wir den Schlüssel. Wartet mal, ich habe doch eine Idee, Freunde. Guck mal runter. Ich habe hier unten so eine kleine Schatzkiste, aber die ist mit einem Schloss verriegelt, und dort sammle ich meine schönen Diamanten, und meinen Edelstahl, und so weiter, und meine Smaragde. Ich würde sagen, wir holen mal eben den Schlüssel raus, Freunde. Ihr müsst wissen, das hier ist der geheime Schlüssel. Das wisst jetzt nur ihr. Das dürft ihr keinem sagen, denn das ist eben das Passwort zu meinen Diamanten. So, wir öffnen mal ganz kurz das Schloss. Und ja, wir brauchen Diamanten. Fünf Stück. Drei, vier, fünf. Und die Kiste schließen wir wieder ab. So, jetzt kommt hier keiner rein. Und wir legen den Schlüssel wieder nach oben, Freunde. So, und dann bin ich mal gespannt, ob wir damit jetzt wirklich diese goldene Melone bekommen. So, Türe ist abgeschlossen. So, Freunde, schnell zum Bauern rüber. Komm schon, Herr Bauer, Herr Bauer. Ich habe fünf Diamanten. Jetzt möchte ich aber auch die goldene Melone haben. So, es hat funktioniert, Freunde. Wir haben die goldene Melone. Und damit das erste Teil, was wir brauchen, um den Lautsprecher in Gold zu verwandeln. Und das würde ich sagen, bringen wir jetzt auch direkt in diesen coolen Goldtopf, dass ich das schon mal schön in die Rezeptur verlagern kann. So, wir öffnen mal ganz kurz wieder das Türchen. So, Freunde, echt krass, dass sie heute Nacht einfach echte Aliens waren. Moment mal. Also, das Passwort war eins, zwei, drei, vier. Und hallo, Herr Lautsprecher. Schau mal, was ich in der Hand habe. Ich habe schon die goldene Melone. Und die schmeißen wir jetzt hier rein. Also, Freunde, wir haben das erste, die goldene Melone. Dann brauchen wir noch zehn Goldbarren. Boah, Freunde, zehn Goldbarren sind schon eine Hausnummer. Aber ich weiß, wo wir da hingehen könnten. Ihr müsst wissen, hinter meinem Haus ist eine Mine gespawnt durch ein Erdbeben, Freunde. Hier war die letzten Tage ordentlich was los. Und ich würde sagen, wir schauen mal in dieser Mine. Aber dafür brauchen wir noch eine Spitzhacke. So, Moment mal. Die Türe öffnen mir. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch eine Spitzhacke hier habe. So, hier war keine drin. Aber hier, Freunde, hier haben wir eine Diamantspitzhacke und fünf Kohle. Was zum Essen nehme ich auch mal mit. So, Schwert kann man auch mal gebrauchen, Freunde. Denn ihr wisst ja, wenn in der Höhle Monster sind, dann ist es dann nicht so einfach. So, Tür ist abgeschlossen. Und hier hinten ist die Höhle. Guckt mal, Freunde. Und hier steht betreten, verboten, lebensgefährlich. Boah, Freunde, soll ich da wirklich runtergehen in diese Mine? Hier steht lebensgefährlich. Und der Skelettkopf, der ist da auch schon eine Weile, habe ich das Gefühl. Boah, egal. Ihr wollt sicherlich, dass ich das mache. Dann mache ich das auch. So, dann gehen wir mal runter hier über diese... Aua! Aua, zwei Herzen verloren. So, Moment. Ja, hier rüber. Und jetzt müssen wir einmal hier so einen mächtigen Sprung machen. Moment, nein, nein, nein. Wir bauen uns einfach hier rüber. So, und jetzt geht es hier vorsichtig runter über die Leiter. Und zehn Goldbarren, Freunde, brauchen wir. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Gold abbauen. So, ein Gold haben wir schon mal. Und wir brauchen ja auch einen Ofen dafür. Moment mal. Das heißt, wir nehmen uns hier mal ein bisschen Holz weg. Vier Stück sollten reichen für eine Werkbank. Und dann bauen wir uns danach eben den Ofen. Moment mal. So, jetzt noch hier einmal abbauen, Freunde. Komm schon. Sehr gut. Und hey, wo ist das letzte Holz? Ich brauche doch vier. Hey, wo hast du denn mein Holz hin? Ist das hier? Nö, Freunde. Das kann doch nicht sein. So, noch einmal diesen Holzbarren abbauen. Meine Hände tun schon weh. So, einfach hier Holz. Jetzt die Werkbank, Freunde. So, und jetzt haben wir auch genug für unseren Ofen, Freunde. Boah, wie cool. Wir haben schon fast das zweite Item, was wir brauchen. Und zwar die zehn Goldbarren. So, und dann haben wir hier noch mehr Gold. So, das müssen wir abbauen. So, jetzt haben wir schon fünf Stück, Freunde. Also die Hälfte von zehn. So, okay. Und das Goldbrät. Dann haben wir hier oben noch was. Und meine Facke, die brauche ich mal auch. Hier unten ist doch auch noch was gewesen. Genau, Freunde. Boah, ich bin so gespannt, was denn passiert, wenn wir diese zehn Goldbarren haben. Boah, Freunde, Freunde. Denkst du wirklich, wir schaffen das? Ich glaube schon. Mit deiner Hilfe schaffen wir das. Aber dafür musst du unbedingt bis zum Ende dranbleiben. So, Moment. Das sieht gut aus. So, und ich glaube, wir haben es doch auch schon vollständig, oder? So, Moment. Aua, aua, aua. So, noch hier ein bisschen rein. Sieben. Genau, Freunde. Ich würde sagen, wir warten kurz ab, bis das Gold durchgebraten ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde. Da sind wir wieder. Und wir haben nun die zehn Goldbarren. Wie cool. Und jetzt geht es ganz schnell zurück, Freunde. Denn wir wollen ja auch keine Zeit verlieren. Denn der Lautsprecher wartet ja auf uns, Freunde. Der Lautsprecher möchte nämlich einfach in Gold verwandelt werden. Und dafür sind wir da, Freunde. Und ihr auch. Ihr helft mir ja natürlich. So, jetzt noch einen vorsichtigen Sprung. Erledigt. Und jetzt geht es schnell zurück. So, ähm. Komme ich hier hoch? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und dort hinten befindet sich ja das Labor. Und dann rennen wir mal ganz schnell zurück, Freunde. Wow, ich bin so gespannt, wie das aussehen wird, wenn wir den Lautsprecher in Gold verwandelt haben. Denn danach müssen wir ja nur noch einen Goldapfel holen. Das sollten wir auch... Ey, jetzt komme ich nicht in die Türe rein. So, schnell runter hier. Eins, zwei, drei, vier. Und ich würde sagen, die zehn Goldbarren werfen wir direkt rein, Freunde. Sehr gut. Und damit füllt uns nur noch der Goldapfel. Let's go, Freunde. Das schaffen wir auch. Und ich weiß auch, wo wir den Goldapfel finden können. Denn ihr müsst wissen, Freunde, hier in der Stadt gibt es einen magischen Zauberwald. Und dort bin ich mir sicher, dass sich etwas befindet, was uns helfen wird. Kommt schon. Kommt mit. Ja, für brauche ich dich. So. Also, hier ist der magische Zauberwald. Aber wo sind denn die Einhörner, Freunde? Eigentlich leben hier Einhörner. Und hier sind sie ja, Freunde. Schaut mal. Hier im magischen Zauberwald befinden sich alles Einhörner. Boah, guck mal, Freunde. Einfach ein echtes Einhorn. Das ist ein rosa Einhorn. Wie cool. Und nicht runterfallen Einhorne. Und ihr seht, hier sind überall Äpfel, Freunde. Aber wir brauchen einen Goldapfel. Hm, hier vielleicht. Ne, wir haben jetzt zwei Äpfel. Wir gucken mal an den Bäumen. Hier sind alles normale Äpfel. Nur Goldäpfel sind bislang eine Fehlanzeige. Hm, hier vielleicht. Nein, 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 nein. Wo sind denn die Goldäpfel, Freunde? Und schau mal. Mein Adlerauge hat hier den Goldapfel entdeckt. Komm schon, Freunde. Den Goldapfel brauchen wir. Aber wie kommen wir denn da hoch? Mit einer Räuberleiter. Aber keiner von meinen Freunden ist da. Ja, Moment mal. Habe ich hier noch einen Block? So, jetzt müssen wir aufpassen, als wenn ich hier jetzt hochkletter. So, Moment mal. So, jetzt sind wir schon mal auf dem Baum oben drauf. Mal gucken. Vorsichtig, Freunde. Wenn ihr an so Bäumen rumklettert, müsst ihr immer besonders vorsichtig sein. Oh, seht euch an. Der befindet sich direkt hier. So, kommt schon, Freunde. Und ja, Freunde, wir haben den Goldapfel. Wie cool. So, das heißt, den müssen wir jetzt auch noch reinmachen in diesen Goldrank. Und dann haben wir schon eigentlich alle Sachen. Außer die vierte magische Zutat. Moment mal. Das heißt, wir laufen jetzt hier mal ganz schnell rüber, wieder ins Labor. Und dann gucken wir, ob sich in dem Buch was ändert. Ich bin so gespannt. Wir reden mal kurz mit dem Lautsprecher und sagen ihm, dass wir ihn gleich verwandeln können. So. Hallo, Herr Lautsprecher. Ich bin's wieder, Synthi, mit den Zuschauern. Wir haben jetzt auch den Goldapfel. Also, wir haben fast alle Materialien, um dich zu einem coolen Gold-Lautsprecher zu verwandeln. Ich hoffe, du freust dich. So. Wir werfen das jetzt rein und schauen mal in unserem Büchlein, was die vierte Aufgabe sein wird. So, Freunde. Kommt schon. Wir schauen jetzt mal in unserem schlauen Büchlein nach, ob sich dort etwas getan hat. So, Lautsprecher. Gleich können wir dich verwandeln in komplett Gold. Also, das kriegen wir hin. So. In unserem Buch. Oh ja. Viertens ist Goldtrank von Opa. Okay, Freunde. Das heißt, wir gehen jetzt zu Opa Wilhelm und fragen ihn mal ganz kurz, ob er einen Goldtrank für uns hat. Denn das ist die letzte Zutat, um den Lautsprecher in Gold zu verwandeln. So. Dann machen wir mal die Türe hier auf. So. Opa Wilhelm. Opa Wilhelm. Ich komme nicht durch die Türe. So. Opa Wilhelm. Opa Wilhelm. Ich bin Synthi. Wo bist du denn? Wo steckst du? Kommt schon. Wo ist er denn, Freunde? Ach, natürlich zu Hause. Nicht in seinem Garten. Der könnte den Weg auch mal ein bisschen schöner machen. Hier stolpert man ja und rutscht irgendwie aus und bricht sich das Bein. Na ja. Hallo Opa Wilhelm. Ich brauche von dir einmal bitte den coolen Goldtrank. Das wäre super. Und. Oh. Da ist er, Freunde. Moment. Opa Wilhelm. Gib doch den Goldtrank her. So. Danke Opa Wilhelm. Du bist der, du bist wirklich der Beste. So. Ich schließe wieder ab. Okay. So, Freunde. Schaut mal. Hier steht's. Goldtrank. Und den müssen wir jetzt noch als letzte Zutat in den Topf machen. Und dann haben wir schon direkt. Gut. Also können wir direkt den Lautsprecher in Gold verwandeln. Wie cool, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. So. Dann wieder rein in die Türe. Und. So, Freunde. Dann würde ich sagen, als letzte Zutat werfen wir nun den Goldtrank hinein. Perfekt. Ey. Warum nimmt er das denn nicht? Das ist doch der, der Goldtrank. Komm schon. Jetzt nimm endlich diesen Goldtrank. So, Freunde. Also. Seid ihr bereit? Wir können jetzt den Hebel umlegen und so den Lautsprecher in Gold zu verwandeln. Dann lasst jetzt nochmal alle, die hier das Video anschauen, ein kostenloses Abo da. Komm schon. Komm schon. 3, 2, 1, jetzt. So. Danke für dein Abo. Jetzt hast du dir jetzt auch verdient, dass wir den Schalter umlegen. In 3, 2, 1, jetzt. So. Warte. Goldsprecher. Freunde. Wo ist denn der Gold-Lautsprecher? Ey. Wo habt ihr den Gold-Lautsprecher hin? Wir haben ihn noch gerade verwandelt. Ey, Duda. Freunde. Wo ist er denn hin? Wartet mal. Vielleicht befindet er sich ja draußen. Hey. Lautsprecher. Wo bist du? Bist du hier oben? Oh. Freunde. Hat der uns etwa geprankt? Oder wo ist er? Moment mal. Wir gehen mal raus. Und. Wow. Freunde. Schaut's euch an. Der Lautsprecher ist da. Und wir haben ihn komplett in Gold verwandelt. Und er hat hier auch noch zwei richtig coole Goldblöcke in der Hand. Freunde. Schaut's euch an. Der Lautsprecher hat sich einfach komplett in Gold verwandelt. Ach du grüne Neune. Und der ist auch zu einem Riesen geworden. Freunde. Wie cool sieht das denn aus? Wow. Wie cool. Danke, Freunde, dass wir das zusammen geschafft haben. Wir haben gemeinsam den Lautsprecher komplett in Gold abgegradet. Danke fürs Zusehen. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Video. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.